Das war's für heute. 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 Ja, da sind die wieder. Hm. Die Pistole ist eigentlich nicht so ganz effektiv. Aber... Was soll's? So, ich weiß, dass hier sich eine versteckt hat. Ja. Und tschüss. Ich rate euch unbedingt, auch auf das Gras zu achten. Die Beine können sich auch da verstecken. Oh. Der hat gesessen. Viel Spaß mit der Granate. Na komm schon. Ach, der hat das Schiss. Ich frage mich, warum ich jetzt immer auf den Unterteil von ihm ziehe. Das ist irgendwie seltsam. Kolbenschlag. Na dum. So, meine Freunde ballern die da weg, wahrscheinlich. Ja. So, an dieser Stelle möchte ich euch sagen, seid vorsichtig mit dem Bunker. Auf jeden Fall vorsichtig, denn hier ist ein Samurai-Offizier oder Ninja-Offizier oder... Ich hab die einfach Ninjas genannt. Obwohl die japanische Offiziere sind. Aber ich nenne die Ninjas. Na komm. So. Die Geimdienst-Akten sind zwar keine Pflicht, die ich da aufgesammelt habe. Aber wie gesagt, für Bonus-Ziele können ich schaden. Oh, ich würde so gerne eine Shotgun jetzt von dem Sergeant haben. Mensch, warum kann ich keine Shotgun dabei haben? Mensch, das ist nicht unfair. So, soweit ich weiß, gibt es hier ein paar versteckte Gegner. Ja. Da sind sie schon. Und du. Tschüss. So. Weg gesichert. Was zum... Wow. Rest in Peace, Bro. Er hätte lieber vorsichtiger sein müssen. Bewegung, Marine. Gehen wir. Ja, ja. Landeszone erreicht. So. Hier wird es jetzt ein bisschen gefährlicher für mich. Wollen wir hier lang? Kommen Sie. Hoffe ich mal nicht. Ja, eins von fünf Dokumenten nicht sichergestellt, wie ihr seht. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall zum Vorposten folgen. Ein Munitionslager vernichten. Und das Flugfeld sichern. Oh, oh. Sie haben Alarm geschlagen. Oh, oh. Hier bin ich in Deckung. Ja, komm schon. Dampf. Mann am Boden. Ich sag mal, wie viel haben die aus? Mann. 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 Schon schnell, schneller. Nicht, dass sie gleich es hier überrennen. Das will ich gar nicht. Ich habe eine Granate. Für den Bunker. so noch mehr akten richtig schön guter schuss da ist noch einer so speicherpunkt brauchen wir nicht ich habe ein ganz ungutes gefühl ich wusste es doch ich dachte schon dort kein schaden zu kriegen ja ein sniper so leicht kriegst du mich nicht guter schoss wo ist denn da ist ja ich wollte ihn zwar dritten aber egal wer ballert denn da was geht meine freunde ja die japaner haben nicht nur mit bayonetten und mit gewehren gekämpft sondern die haben auch die katanas benutzt eine richtige scharfe waffe die im nahkampf was sehr tödlich ist geh mal weg junge geh mal weg ich will dich nicht treffen es reicht langsam oder ich bekomme die alle so dass er kürzi kümmert sich um das fahrzeug hier sind noch ein paar mehr im geschütze aufzuwallern man was du lebst noch speicherpunkt ich meine gut dass ich nicht gestorben bin so da ist eine wache alle hallo er hat uns gesehen jetzt können wir gleich hier ein paar kerle auf den nals ja da kommt die schon ich sage mal headshot headshot sind die denn ja da seid ihr na los kommt ihr mit eurem banzer angriffen ich gehe mal hier mal lang hier war ich überhaupt nicht oder na schön dass du dich hier versteckt hier war ich überhaupt nicht diesen ort finde ich überhaupt gar nicht meine Freunde gibt es da noch mehr was ist das was sind das für zeichen auf den fässern so eine barrikade da unten kisten habt ihr was zu bieten nichts na gut gehen wir mal weiter ne leute ohne scheiß ich kenne diesen also diesen ort kenne ich nicht hier hier war ich nicht nice aber diese hülle kenne ich hier war ich diese hülle kenne ich aber das mit dem großen lagerhaus das wusste ich nicht dass es ihn da gibt ich dachte da ist irgendwie wieder versperrt noch ein lagerhaus was geht nein nicht nicht dass sie gleich hier Alarm schlagen das will ich nicht das ist ein Geräusch oh die greifen an gut dass mein mpc unsterblich ist wo bist du komm her na wo gehst du hin bei mir ist von keiner stecken darum das war ein richtig schwerer fehler von mir ich meine von ihm von mir so so oh der kontrol ist irgendwie hier abgefacht gleich mal stolz ich irgendwie nicht so richtig so im truck gibt es gar nichts so im truck gibt es gar nichts so im truck gibt es gar nichts hey die haben hier überall Wachen das gibt man gar nicht sag mal Junge sind sie etwa Roboter oder was warum fahre ich nicht so viel aus ja moment ich komme gleich zu dir balla du da schon weiter oh bist du so oh meine Gesundheit ist auf Rot das ist nicht gut ich muss hier auf jeden Fall aufpassen dass ich nicht dann gleich hier zum ersten Mal sterbe noch ein Offizier mit seiner scheiß Katana die einen erheblichen Schaden zufügt wenn ihr nicht aufpasst noch mehr Akten das war glaube ich die Nummer 3 ja da hat irgendein Gebet hier gesprochen so ich würde sagen das Lagerhoffs ist gesichert gut ne Moment das Lagerhoffs ist noch nicht gesichert ich war da nicht mal drin ich meine falls da noch einer drin ist ich weiß es nicht vielleicht sind die schon alle tot von mir alle weggeballert genau da drin da war ich noch nicht so Pizza Service ist hier jemand da natürlich ich gehe mal schlafen und du auch so okay ey Sergeant lauf hier nicht einfach rum tu auch mal was so perfekt scheiße der andere ist abgehauen ey wer alarmiert gleich seine Freunde ne war klar ja ja du mit deinem Banzai angegriffen so was ist das denn hier für ein Pfad überhaupt hä was so die wollen ihn töten das sind zivilist ja das ist ein Zivilist ne meine Freunde hier wirklich hier gar kein Zivilisten okay ist da auch in etwa meint oder was ey wir schießen da bist du ein Freund ja das ist ein Freund warum steht er da einfach wie läuft das von mir hä wo musst du mich hin Junge baller den Dach weg ey warte auf mich wo läuft er hin ey Junge lauf nicht einfach alleine hier weg okay du brauchst ein bisschen Unterstützung Mann hier war ich noch nicht meine für sich aber richtig viele Gebiete hier dann verpasst da ist ein Loch gut für die hin springen wir mal hier rein jopp hat's geklappt ich hoffe diese Gisten stehen einfach nur da ich gehe nach Hause oh man Perfekt diesen Ort kenne ich meine Fresse ich habe richtig viele Gebiete in diesem Level verpasst danke Sergeant so na brauchst du dich tschüss da kämpft einer noch mehr Dienstakten und jetzt dürfen wir wieder mal Rambo machen das ist ist das 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 M-M-M-M-M-Multi-Kill Gibt es da noch ein paar? Meine Fresse waren da richtig viele Ich glaube, ich habe da 20 von ihnen erledigt Und sogar noch mehr So, gibt es da was hier? Also Speicherpunkt So, ab hier wird es wahrscheinlich noch actionreicher Granaten Die kann ich gebrochen Oh, hier ist eine M-G Rambo hier richtig mal machen So, das war's Hey, was ist nun noch verloren, ne? So, soweit ich weiß Gibt es hier noch ein Bonus-Team Wenn ich mich nicht irre Moment Ich sag mal Kannst du mal auf mich hier zu springen Damit ich so ziehen kann Sehe ich diesen Generator Den muss man vernichten Glaub mir auch oder nicht Den muss man vernichten Werde gleich sehen Seht ihr? Boah, die Musik ist richtig ethisch Was zum Perfekt So, wir sind jetzt Wahrscheinlich in den Baracken oder so etwas Tschüss Sag mal Das ist richtig unglaublich Die halten drei Oh, das sind zwei Pistolen-Schüsse Oh, da hat wohl jemand Verstärkung gerufen Das bedeutet, wir können gleich Besuch Oh, scheiße Boah, das war knapp So, fünf Dokumenten sichergestellt Bonus-Ziel zwei Erfüllt Ja, Sergeant Baller da nicht einfach rum Ich hab die alle gerillt Bellflasche Ja, da sind ein paar Jungs Wir erst mit einer Granate Da ist das Radio Schade, sie können die nicht benutzen Um Verstärkung zu rufen Ach ja Ich weiß noch, wie ich damals in diesem Level Richtig viele Mal gestorben bin Als ich das zum ersten Mal gespielt habe Das waren noch Zeiten Meine Freunde Das waren noch Zeiten Ich geh mal jetzt mal zurück Zu dem Stabsarzt-Pack Ich hab da einen gesehen Damit ich hier nicht gleich hier dann verrecke Ich wünschte, ich könnte die alten Zeiten Wo ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe Und mich darauf richtig gefreut habe Zurückdrehen Aber Leider ist das Leben so ein Spezielles Ding Wo man sagen kann Leider kann man die Zeit nicht zurückdrehen Man muss einfach das Leben Was Einfach In der Gegenwart ist Vergangenheit Oder auch spezielle Momente Bleiben in unserem Sag ich mal so In unserem Verstand drin Damit wir die nicht vergessen Das ist der Fuck Das ist der Fuck Meine Freunde Geht nicht drauf Die sieht aber nicht Die sah aber irgendwie so Merkwürdig aus Gibt es hier noch ein paar Gegner Bevor ich hier weitergehe Sieht nicht so aus Oh Was haben wir denn da Schönes Eine Flak Eine Flak-Batterie Ah ja Da ist er Unionslager Und da kommen schon unsere Freunde Gehen wir mal auf den Weg Was liegt denn da in der Ferne Oh oh Die haben wir den Panzer hergeschickt Klappt es mit der Flak-Batterie Korrekt Die Flak-Batterie macht alles nieder Gibt es da noch ein paar von denen Das geht mal gar nicht Die halten richtig viel aus Hey sag mal Im realen Leben Würde die Flak-Batterie Den Menschen auseinander nehmen Und nicht so einfach so Peng und tot Ich meine Die Flak-Batterie hat Einen heftigen Kaliber Dass das Menschenfleisch Einfach Auseinanderfetzt Das ist wie Wie ein MG-Geschutz Mit 50 Kaliber Ohlala Wir können hier wieder Ammonieren Gute Arbeit Griffin Das Flugfeld gehört uns Jetzt können wir anfangen Die Japaner von dieser Verdammten Insel zu vertreiben Wir haben uns lange genug Zurückgezogen Amerika ist wieder im Spiel Hell yeah Meine Freunde Wir sind wieder da Auf jeden Fall Wir schlagen jetzt auf jeden Fall Die Japaner Ein für alle Mal Dann zurück Für das was sie Bei Pearl Harbor Gemacht haben Okay Leute Das war es mit diesem Kapitel Ich hoffe Das hat euch Spaß gemacht Wir sehen uns dann Nächsten Kapitel Die Japaner von der Die Japaner von der